Sonnige Golferfolge in Summa Bay – Ägypten-Golf-Trophy-Finale 2017 Finale Grande in Summa Bay – Die Finalreise führte von Deutschland, Österreich und der Schweiz aus im Februar 2017 auch dieses Mal wieder in das West in Summa Bay Golf Resort und Spa, das Bitten in den Kaskade-Golfplatz in Summa Bay thront. In dem komplett auf Wellbeing der Gäste ausgerichteten Hotel-Resort steht alles unter dem Motto Weltklasse-Golf, Entspannung und Kulinarik. Mit 84 Teilnehmern hatte die Reise maximale Kapazität erreicht, die Stimmung auf der Gruppenreise war dabei so sonnig wie das Wetter. Wie jedes Jahr erwartete alle Teilnehmer in Summa Bay eine fantastische Luxus-Destination bei warmer Brise, tolle Freizeitmöglichkeiten vom führenden Spa im Nahen Osten über alle erdenklichen Sportarten zu Lande und zu Wasser, VIP-Betreuung, tolle Abendveranstaltungen, erstklassige kulinarische Spezialitäten und eine hochkarätige Abschluss-Gala mit Siegerehrung. Der Gouverneur des Roten Meeres, seine Exzellenz Ahmed Abdullah, ließ es sich nicht nehmen, die freudestrahlenden Gewinner wie letztes Jahr persönlich zu beglückwünschen. Ein Zeichen, wie wichtig die etablierte Turnierserie für den ägyptischen Tourismus ist. Für die Got great. Wir sehen uns wenigstens. Bis zum nächsten Mal.